Dass ich derzeit ständig zusammen mit Richard David Precht in Talkshows und auf Bühnen sitze, ist auch anstrengend, weil... Nee, das ist total toll, weil ich in der vergangenen Woche gelernt habe, dass in unserem Land ziemlich viel nicht gut funktioniert, aber wir haben ein Teilsystem, was absolut perfekt ist, was überhaupt keine Form von Kritik verdient und das ist das Mediensystem.